Ich dachte echt, wir haben jetzt nur zwei Leute. Ja, aber weh. Also dir nicht, nur wenn es nicht braucht. Ich hab zehn Schuss, was weiß ich. Geh mal ein Pölk. Das war mit dieser Kugel gar crazy. Weil ich hab einen Haken an ihm reingeschossen. Wie geht das? Ja, und dann bin ich immer mit ihm. Also, ich bin immer da hingegangen, wo er hingegangen ist. Ja, Mann. Gott, low, wie verwirrt. Oh, am Berg oben. Wo? Bei mir. Ah. Ich hab... Ja, da hinten. Ich kann's jetzt nicht markieren, weil ich nicht hinkomme. Ah, ich bin sehr gut. Wir haben's markiert. Wow. Passt, ich markier mal. Da rechts bei den Bäumen. Und hinter uns, da wo wir gerade waren, ist auch einer. Da schießt, hoffe ich. Das ist egal. Ja. Hier am Dach, glaube ich, schießt wer. Kann das sein? Ja. So ein Adis halten. Da hinten gibt's noch aufs Mache. Im DOS zwei. Oh, scheiße. Oh, scheiße. Ganz hinten noch einer. Ah, da bei dir. Basti, bei dir. Am Berg. Einer fehlt noch bei dir in ihrem Team. Ja. Da hinten, glaube ich, auf der Straße. Kann das sein? Zumindest schießt er... Ja, da ist er, da ist er, da ist er. Da ist er. Digga, wenn du jetzt einen Schuss machst und den holst. Ja. Ich hab zwei gemacht, oder? Okay. Oho. Lila Skar. Aber ich brauch den nicht. Haben die das schwer der Sturgewehr, wie der schlecht das macht? Irgendwie. Irgendwie nicht mehr so... Nee. Hab ich schon, danke. Ich hab Gold. Ohne Idee. Ist jetzt die automatische, äh, die Trommelschrotflinte besser, wie die taktische? Hier ist noch einer auf der Straße. Ah, ja. Ah, Digga. Jetzt hätte ich grad... Ah. Jetzt hätte ich grad geschossen. Hätte, hätte, sei mir möglich. Er schießt ihn da schon wieder. Der Loot, WG. Er hei. Er esst das wieder. Alter Kumpel von uns. Kumpel. Schuss. Auf mich schießt wer. Das sind doch mal die Weher kommen. Digga war allein. Ja. und drei schüsse gleich richtung nordaußen dabei zählte drauf glaube ich das war gerade echt dass ich aber ganz entspannt der zeit lassen dann anstatt dass drei schüsse für sein ist wenn es schnell schießt und drei drauf sind ich will ja gar nicht ich bin ein schweiß Ding wir sind im Wasser er war ich gerade ich hab alles gereicht und ich liege wieder warte direkt am Krater Krater sag mich sag nur wo sind die achte ich glaube ich in andere Richtung, ihr wart doch grad da Digga, Chillbreak ich seh den jetzt mal rechts bei der Insel ich höre nur rechts hin schießen ah da sehr gut hits, da sind aber gleich zwei Leute echt ist der da, ah den seh ich grad nicht Digga, wegen dem scheiß Mark, das sieht man immer die Gegner nicht da ist einer ich zieh mich dahin mein Gott, ich bin so bad mit zwei der einen aus da gut, ah das war Team Welp ja, das war Team Welp jetzt kriege ich das Mui ah da schießen noch welche dahinter ja da hinten an dem Krater sind immer noch welche links und rechts schießen noch welche Digga da sind die rechts die müssen wir doch sehen ah da da ist die da ist die da rechts bei uns da ist die da rechts bei uns ah jetzt da hier hinter dem Berg hinter dem Felsen hier dort, der war direkt hoch glaube ich aber irgendwie hat da noch ein Raketenwerfer geschossen die gehen alle auf ne wo sind die anderen jetzt ah da hinterm ja ich bin gleich tot ja ich schieß grad die ganze Zeit auf den die sind auch weak ich hab so gute loot die sind tot die sind tot den eine hast du sogar down bekommen beide nur weak beide nur weak geschossen die guten Sträger rein mit dem die dazu die 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 wars senhor äh Ich mag Appels und Bananen. Danke, Bro. Danke. Mein Steiner, Schlör! Nehm. Ich weiß nichts. Marvin! Ich stehle ihn, ich hab. Wir haben das Radium, völlig permanent. Wir werden Lagerfeuer herum. Wir müssen in die Zone. Was heißt denn hier jetzt? Ich hasse die Leute, die mit Busch spielen. Wieso hast du dann das Bedürfnis, dass du ihn wegrasierst? Ne. Ich meinte gerade nicht mal den Busch. Ich meinte gerade wegen Hausverwaltung. Aber wenn es hier wieder ein Desk denkt. Wege Hausverwaltung. Herr Armer, können Sie bitte kurz den Busch rasieren? Ich glaub, das sagt keiner zu mir. Ja, ich wusste gerade nicht, wie man es sonst sagt. Wegmachen. Keine Ahnung. Nein. Sturz, Sturz. Wo? Ne. Schießt ab dir. Ja, ist mir auch gerade gekommen. Oh, ich hab eine von da hinten mit zwei Schuss. Genockt. Oh, Raketenschutz. Luftschlag. Könnt man Luftschlag auf die werfen? Wo, wo Basti? Da oder was? Oh, Leute. Ah, der kommt genau nicht hin. Nice. War der allein. Bin genau nicht hingekommen. Ich glaub, der war direkt da, oder? Der war direkt da. Ja, ich glaub, das ist da vorne, den sein Kumpel war. Oder sein kleiner Bruder. Oh, der Träger. Oh, das ist ein Schuss. Gar ein Upgrade für mich. Ach, Mann. Ich will einfach nur die Kiste markieren. Ja, der hat nur Schottklang gehabt. Aber wir hätten das Auto nicht hergegeben. Hier wäre eine goldene Scar, wo ich bin. Bei dem Loot-Drop. Ja, da würde ich tauschen. Ja, gerne. Komm nicht. Lass mal Richtung 7. Was bringt jetzt den South-Druck drin? Hast du die markiert, die Dingsbums? Nee, aber geh einfach in meine Richtung. Ich weiß nicht, wie man markiert am Ende. Das ist irgendwie buggy. Was bringt jetzt so einen South-Tuck nochmal? Volles Leben. Das kannst du werfen und das heilt auch alle. Nee, die Kleinen kannst du schmeißen. Und die heilen auch alle um dich rum. Auch Gegner. Aber nur Greenlife, oder? Ich weiß gar nicht. Nee, auch. Und Puss. Und Puss. Also jetzt müsst ihr die Scar holen, wenn ihr so willst. Zipplein? Ja, ich schau gerade, wie es jetzt gerade volle auseinander ist. Weil es ist jetzt voll auseinander, ja. Jetzt ist eh gleich in der Zone. Ich glaube, das schaffst du gar nicht mehr. Lass mal hier rechts rumlaufen, dass wir nicht gleich direkt konfrontieren, sondern uns einen schönen Ort suchen können. Da da beim Berger oben, oder wo? Nee, hier warte, ich kann sie dir mitnehmen. Hier schau. Nimm. Ah, nice. Danke. 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 Ich bin der Zitat von hinten. Ich wär hier von hinten und hätte zu groß hoch zugehen. Achso, wir sind ja die Letzten mit denen. Die. Hier wäre gerade High Ground, ne? Der Marker wäre immer High Ground. Sind die bei euch, oder was? Alter, der legt voll viel Waffen. Da unten geradeaus, ja. Wir können uns jetzt hoch... Einer ist hier unten bei den Bäumen. Warte, ne, der hier vor mir, vor mir, gell? Der Loot, der da unten. Der läuft zu euch, der läuft zu euch. Ich seh den nicht mehr. Wo ist der? Der andere ist da oben am Berg. Zwei oben am Berg. Ja, die haben High Ground, das ist scheiße. Und ein Shield Break. Einer hat auch ein Shield Break, der andere... Ah, da, da snipet einer, pass auf. Ah, da snipen mehrere. Der ist low, der... Und dann mit dem Shot. Und dann mit dem Shot. Genau. Nice, boys. Nice, 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 nice. Genau, gleichzeitig drauf geschossen. Noch zwei. Ne, einen. Einer ist es noch. Du. 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 Ich. Du. Du. Trieck. Nichts. Du. Das ist aucholi. Ah, das war, ui, clearcut. Hast du ein Iconer grad die Sound oder diese Mobile gemacht? Nö. Ich hab irgendwas geworfen, was ich nicht weiß, was es war. Sturmdreher oder so'n Bombs, keine Ahnung. Ja, das ist es. Was macht das? Das macht ne Minizone quasi. Was bringt das? Das gibt einen da drüben Schaden. Da unten, da unten ist er. Das ist ein Airgun. Ja, lass rund das Leiden. Ja, lass die Spitzhacken. Ah, das soll grad irgendwer mit Raketen werfen, oder? Sorry. Ich hab da schon geschossen, wie vorher das war. Ach so. Der braucht ja mal ein bisschen, bis er ankommt. Ach jezi, das Spiel macht überhaupt keinen Spaß, so leicht ist es. Wann müssen wir jetzt den Raum um 8, oder? Ja.